Normal. Was ist das eigentlich heute? Früher hieß es ja immer, normal wäre irgendwie langweilig, stinknormal und spießig. Aber heute? Ist nicht heute normal auf einmal das, was uns fehlt? Das, was wir eigentlich wollen. Denn die Welt um uns herum, die ist irgendwie so verrückt geworden. Und wir merken auf einmal, dass normal doch eigentlich etwas ganz Besonderes ist. Denn normal ist, seinem Nächsten ganz nah zu sein. Normal ist aufzustehen und seinen Job zu machen. Normal ist eine Heimat, sind sichere Grenzen, sind saubere Straßen. Oder freie Fahrt für freie Bürger. Und ja, normal ist auch Deutschland. Normal ist einfach schön. Normal ist das, was wir alle wieder brauchen. Eine normale Zukunft. Klingt gut, oder? Deutschland, aber normal. WDR 2012 West WDR 2020 WDR 2019 WDR 2018 UNVID cuk multiplayer WDR 2021 WDR 2018 WDR 2019 WDR 2020 WDR 2020 WDR 2019 Bis zum nächsten Mal.